so viel der arm einer server wolf aber ich habe beide selbe oder hier dann anderen zwei stern schiffe slippen in die vergangenheit zurück von nicht so schnell der ruhelose gustav ist auf dem sternen schiff und das andere stern schiff der zeit patrouillen hengst anscheinend geht es um so kleinen krieg die beiden haben sich eine rolle gekriegt und stürzen jetzt auf einen planeten beide also sternen schiffe die finden sich dann wieder in einem tropischen dschungel in der prähistorischen vergangenheit geht da gar nicht doch dort der standard so ungefähr also hier roger meets wolf sie sind sie fallen irgendwelche dinosaurier in einen kampf dinosaurier verwandelt ach du scheiß was für eine abgefahrene story also kranker scheiß das kann ich kranker scheiß gut ich bin ich bin der wolf so gucken wir mal welche tasten wir haben hast du gedrückt lassen passiert da was ja guck mal taste gedrückt lassen bei mir passiert da nichts also ich kann nur bis direkt also irgendwie gefällt mir das das ist schön schnell und flüssig liebe zuschauer wenn ihr wölfe mögt wieso habe ich jetzt zwei einfach drauf ballern und ab gehts bevor er sich und dann weiß ich noch mal ich suche mich manchmal selber ein sehr rasantes spiel naja ich kann auch nach oben alter auch wenn ihr gerne füßelt deine frau guckt gerade wenn ihr gerne füßelt schreibt in die kommentare von felddienst ne 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 so geil sind wir noch nicht das heißt nehmen wir euch ein zimmer mit was ist da für wo für einer silke was ist er denn für einer hier geil guck dir die kohle da oben also macht irgendwie spaß das spiel ne ok hier nicht kommen die macht dann auch spaß macht mir auch spaß er kann die überzeugt an so da war super deckt das noch nicht gerne also wie gesagt wenn ihr gerne jägermeister trinken füßelt schreibt es bei jägermeister in die kommentare ich weiß auch nicht was wir machen müssen aber es sieht einfach cool aus oh dinos dinos dicker dinos ach was von shakrox so ein bisschen wir sind auf jeden fall durch kriegen wir auch durchgezockt ne so wie das aussieht so schnell wie wir da weiterkommen so leicht wie das momentan ist kann man sich gar nicht vorstellen dass das irgendwie so ein spielautomatenspiel war ne weil wir gehen auch nicht so oft kaputt glaube ich oder mal immer weiter hilft er uns da oben oder was hast du einen bringsturm nein das ist noch nicht mehr ich auch nicht aber das egal also braucht ja riesengroße pixel wahnsinn ich hab dir eine hilfe und der hilfe und ja checkpoint jetzt kommt es kommt es kommt so ein dino hängt in der luft also relativ fern also ok wie geht es dir alles klar hey patty mac man muss mit den leuten reden weil sie so von mir gedacht wie gesagt wir sind auch bei euch zu reden wenn ihr probleme haben ist auch bereit ja wir machen auch beratungen wir machen auch beratungen weil wie gesagt haben wir wirklich früher gemacht und da in der triester hat man auch manche seele die verarztet werden musste wirklich ja jetzt hier hatte das heißt das müssen wir jetzt mal ein alter macht jetzt kein fehler müssen weiter machen jetzt sind wir raus haben wir nicht haben wir nicht geschafft glaube ja die pfeile sind hier ziel suchen das ist schon mal gut und ich war viel los hier habe ich nicht krass und dann muss man hier hoch gehen ach vielleicht aber ah ja der dinosaurier das riecht denn jetzt das riecht denn jetzt jetzt aber jetzt haben wir es geschafft der spaceship as christ du bist wie durch dich durch dich durch du bist du ja du bist wie durch dich durch dich durch du bist wie durch oh übrigens hast du auf Netflix mal Ander to the world gesehen die habe ich mir jetzt rein gefiffen die war gar nicht so schlecht wie die kritik und sagten weißt du Another Girl? Äh, Another Life, sorry, Another Life, nicht Another World. Weiß ich jetzt nicht, aber in Another Life. Another Life ist so eine Science Fiction Serie. Da spielt die, diese Katie Sackhoff mit. Die hat auch früher bei Galactica die, in Starbuck gespielt, den weiblichen. Ist aber okay, kann man sich angucken. Außer, dass sie etwas komische Beziehungen dort fliegen. Ja. Ist heute Abend aber hoffentlich geschafft. Jetzt komm ich wieder... Das heißt, wenn wir Messen kontinuier brauchen, dann sind wir schon mal weiter. Haben wir genug Kohle drin? Ich schmeiß 1,5, ne? Ja. Aber brauchst du nicht, wir hätten ja noch Geld drin. 2-Player-Go! So, liebe Zuschauer, weiter geht's hier! Wann ist das Spiel eigentlich? Ähm... Wie hieß das? Wann ist das Spiel? Wie hieß das denn? Weiß ich nicht. Guck mal später nochmal nach, dann erzählen wir's euch. Ähm... Wow, gut laut von Mario. Kann doch nicht sein jetzt hier. Wie hieß das? Tschüss! Ja, das Continue hat uns schon aufgenagelt. Lass es mal langsamer gehen. Warte, warte, warte. Wir nehmen da auch den Bogen, das ist gut. Lass es hier suchen. zuhl. Ja, nein Auf jeden Fall ist es schön bunt. So, und schön actionreich. wir sind doch nicht weitergekommen jetzt warte 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 die pilze das war die pilzplatte ach du scheiße unterdrücken rollen geht auch unterdrücken und rollen wir sind rausgekommen aber einmal weit springen aber wir haben checkpoint erreicht das war gut also exaktion ist auf jeden Fall da drin in dem spielchen der blaue die nur hilft uns jetzt wieder mal ich weiß nicht wer es hier überhaupt geht aber alter deck points gut bist du denn ich bin da jetzt so was ich bin da jetzt so boah alter ich bin dasselbe wie du jetzt jetzt kommt noch ein blöder endgegner wieder das wird demnächst auch mal kommen dass wir eine kleine rache schon mit euch machen das ist schon ich bin immer noch kein fan von ich bin immer noch kein fan von shoot me in the bank hier ist der wolf oder was du hast ja ich bin immer noch nicht mehr das ist klar ich bin immer noch nicht mehr du hast ich bin immer noch nicht mehr das ist ja Backe oder was? Ist da ein oder wie? Ich weiß auch nicht. Komm mal runter. Aktion ist auf alle Fälle drin und willkommen liebe Zuschauer, willkommen bei TESA VETRO! Holger alias Epix ist richtig scharf und er wird jetzt hier die... Ups! Ein Feier, das da rauskommt. Hier ist aber wahrscheinlich falsch. Nehmen wir mal einen tiefer, noch einen tiefer. Die schon kommen. Ah, gleich sind wir wieder. Bewerb auf der Falling Rocks. Vorsicht, da wird gegrillt, da auch. Oh! 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 Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft! Gleich haben wir es geschafft! Oh! Es kommt wieder Endgegner. Vorsicht! Und... Oh! Ganz schön großer! Ja! Liebe Zuschauer, wir werden hier für euch gegrillt und hoffentlich nicht von vorne wieder! ja wir müssen nicht von vorne ist gut siehst du ja wir sind aber jetzt direkt beim entgegen das ist gut das war schon aber mit arbeit für tsa retro aber das ist schon knackig macht auch spaß so was wenn man das ruhig haben und mal wieder nachschub ich habe den pilz kaputt gemacht glaube ich jetzt da hoch kommen da müssen wir jetzt nochmal gleich das war eine bonusrunde okay das kann sein die wollen wir gar nicht mehr kennenlernen also guck dir dieses preis an wahnsinn ich kann mich drunter Wohooo! Hahaha, Alter! Hahaha! Oh, Endgegner, 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 Alter! Endgegner! Oh, Endgegner! Endgegner, Alter! Endgegner! Was ist der Endgegner? Und Knackle Und doch Und dann Und dann Und dann weiter bald zeigen so liebe zuschauer wir kommen stück für stück weiter epic so hier ist eben noch was zu treten ah wir haben auch ein timelimit wusste ich gar nicht genau verkabeln erstmal dann mit unserer fans unsere besucher sind nicht geschockt von der kamera also dass die theorie können wir ausschließen ein prähistorisches action spiel auf jeden fall grafisch sehr cool gemacht finde ich ja so macht glaube ich zu viel einer weise irgendwie nicht positiv übersichtlich das ist ein falsches ohr auf oder was andere hörst du mich jetzt ist richtig jetzt so richtig ich kann ich glaube deutlich verstehen nein so ich bin gespannt wieviel es gibt das war richtig genau rein in den gemüsegarten hier kommt man muss sagen reichhaltig level technisch die pinkdinger das nicht ein kohle dann nimm dir die ruhig wenn du die brauchst nimm es dir kein problem andré jetzt hast du die ja aber die dicke wenn man auch gleich schon mal an die neogio spiele denken so groß wie der ganze krabel bin ich denn jetzt wie gesagt bei dem spiel schon ein ziviles blüten drin das scheint zu unseren zuschauern zu gefallen dass wir diese spiegel spielen wo die schön der punk abgeht wie ist denn das da oben guck mal da müssen wir hin da müssen wir hin haben es total verkackt da oben ist der einzel siehst du als paradies ja aber soll man nicht eben hey wir können nicht zurückgehen komischerweise ich dachte wollte in den impfpointer mitnehmen hätten wir das feuer machen sollen hast du recht das ist ein boss hier ja was für ein boss aber der platz ist auch gleich aber ich glaube der ist im nächsten der hilft uns jetzt kein boss das ist bei dem spiel auch nie mal so deutlich was da ein boss ist was da ja manchmal wunderst du dich einfach ich bin doch mal vor wenn wir da durch sind das ist für den arkade ausmachen geht das auch schon recht lange letzte stage letzte stage liebe freunde nächste letzte stage und ich habe ein bisschen kuppen zu wenn ja es gab starten und dann hier der beratung machen das spiel beratet überwachen welche spiele zu welcher lebenslage passen erhebens ist seit den 60er jahren da schon am start hat mannigfaltige spiele schon gesehen viele viele und der löwe hilft und ich glaube der letzte boss der hilft uns immer in den neuen debbeln und dann im neuen debbeln nein super alles top alles top silke muss dem jetzt mal mit spielen sie wird es beim entgegenert an der nächste mal lichtblau Und hinterher gibt es ihm noch einen Flügel verbringen, oder? Nee, nee, du spielst beim nächsten Mal! Du spielst beim nächsten Mal mit! Mach dir an! Wird grad Lichtblau machen! Oh! Oh, ein riesengroßes... Herrschweizen! Schmerzweizen! Wie gesagt, das ist preisgrößer Wahnsinn! Das stimmt! Was wird denn jetzt denn welche? Boah, der ist schon wieder! Boah, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Neugierer Lyssard! Das ist aber wirklich nicht! Ist jetzt nicht wirklich, aber... Wann hat es einfach noch nicht los! Das ist jetzt nicht wirklich, aber... Bei uns ist jetzt nicht so gut. Der Wetter wird es so durch, ne? Ach du! Na, weißt du? Und noch, ah, jetzt kommt der Gustav, beware, get off of my way, oh, Zitale, wenn ihr auch Zitale mögt, bleibt es in den Kommentaren, McDonalds, McDonalds, Kommentare. Oh, der kann sich verwandeln. Er ist gleich weg, Komplex, da? Ich wohle bis sieh. Ich kann's nicht glauben. Genau. Gut, bricht zusammen. Wieder ein TSA-Retro-Spielchen. Let's play. Haben wir heute schon 5 Let's Plays geschafft. Das ist auch, wie gesagt, ihr könnt das Ganze, auch wenn es nicht gerade in die Hose gegangen ist, meistens dann auch 1, 2, 3 Wochen später auf YouTube bewundern bei TSA-Retro. Oh, wir können uns eintragen, das sollten wir noch machen, weil ich jetzt zu spät. Zu spät, ich wollte gerade anfangen. Endsequenz, da kommen wir gerade. Wir hauen wieder ab, wir haben das Raumschiff repariert. Roger was able to return to his planet. Savily because Wolves' comrades, ah, comrades' Partner, Freunde, had repaired the damaged Starship. Er macht auch, oh, Staff. Schöne Spiel, grafisch. Hideo Akimoto, Mitsuho Yoshioka. Oh, man. Mitsuho Yoshioka. Charakter Design. Kaoru Kamigiku. Objektcharakter. Kaoru Kamigiku. Hideo Akimoto, Motoko Ashi, Chiro Yuki. Ich kann's nicht alle lesen. Background Charakter. Zaya Yamazaki. Noriko Fushiyawa. Motoki Oshio. Oshiyoashi. Sound Effect. Shigeyuki Shinobu. David Kanada, oder Kanda. Translationer, vergessen. Special Sex. Minoru Saumitsawa. Shaki. Shaki, ja. Ich hab mir Yoshi Magasima. Ich hab mir Yoshi Magasima. Sammy war der Hersteller praktisch. Weisels. Altsami. 1993. Ja. Ja, moin. Gut hingekriegt. Ja, wunderschönes Spiel. Und auch vom Fairness Level weitaus fairer, was kaputt gehen betrifft, wie andere. Danke fürs Zuschauen. Aber wir haben ja noch nicht kommentiert und folgt. Sind jetzt auf YouTube. Kommentiert uns, folgt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.